Top 11 ohne Abgänge, St. Pauli Edition. Denkt wie immer dran, wir nehmen in dieser Serie nur aktive Spieler, wir nehmen auch keine Leihspieler und wir nehmen die Spieler in ihrer besten Zeit, nicht nur in der Zeit von St. Pauli. Im Tor beginnen wir direkt mit dem ersten aktiven Spieler und zwar Nicola Vasi. Wir lassen Pauli dann im 4-3-3 spielen, beginnen mit dem Linksverteidiger, das ist Marcel Halstenberg von RB Leipzig in der Mitte, wir lassen Sobich und Carlos Zambrano, der aktuell in Peru spielt und rechter Verteidiger auch eher aktuell bei Pauli Saliacas. Dann kommen wir zum Dreiermittelfeld mit gleich zwei aktiven Spieler, einmal Irvine, der Kapitän der Aktuelle und Hasel und dazu Kofi Ceree vom SC Freiburg. Der Dreiersturm besteht dann aus dem linken Flügel Guido Burgstaller, in der Mitte haben wir Dux und rechter Flügel Derli. Aktuell kratzt man ja sowieso am Aufstieg, aber was meinst du, ist mit dieser 11. Aufstieg drin?